Blasen Sie Ihre Weste auf keinen Fall in der Kabine auf, da es Sie beim Verlassen des Flugzugs behindern würde. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Sicherheitskarte, welche innerhalb Ihres Sitzbereiches ausgestellt ist. Ihr Kapitän lebt Sie dazu ein, sich diese vor dem Abflug sorgfältig durchzuleben. Bitte vergewissern Sie sich jetzt, dass Ihr Sitzgurt sicher befestigt ist, Ihr Tablettisch sich in längrechter verstoßener Position befindet, die Arme in den Waagerecht und die Fenster liegen geöffnet sind. Zu Ihrem Komfort und Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen, Ihren Sitzgurt während des gesamten Fluges befestigt zu lassen. Es gibt eine Anrufglocke, ein Leselicht und eine Frischluftöffnung in der Verkleidung über Ihrem Kopf. Tragbare elektronische Geräte wie Tablets und mobile Telefone dürfen während des gesamten Fluges im Flugmodus benutzt werden. Bitte wählen Sie den Flugmodus jetzt. Laptops müssen im Kabinengepäck unter dem Sitz vor Ihnen oder im Gepäckfach über Ihrem Kopf für Rollen, Start und Landung verstaut werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass das Rauchen an Bord strengstens verboten ist. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Wir bedanken uns für unsere Aufmerksamkeit.